Es ist ein geringeres Übel, diejenigen auszugrenzen, die sich noch nicht impfen haben lassen. Es ist die richtige Zeit für die Erstimpfung oder die spätestmögliche Zeit für die Erstimpfung und die richtige Zeit für die Drittimpfung. Ich bin sehr froh, dass wir Demonstrationsfreiheit haben, dass wir das Recht dazu haben, aber im Letzten wird uns nichts davon abhalten können, strengere Maßnahmen zu ergreifen. Es ist ein ungemütliches Leben, aber selbst Lockdown überlebt man. Wenn dieses Mittel notwendig war, dann war es das richtige Mittel. Der Papst ruft dazu auf, es ist eine moralische Christenpflicht, sich impfen zu lassen. Für die Gegner wird es hart bleiben. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich habe es dann heute Nachmittag am 22. November doch noch ans Mikrofon geschafft, um mich hinzusetzen, um für heute Abend eine Premiere aufzunehmen. Wie lang sie wird, weiß ich nicht, weil ob ich die Zeit und Geduld habe, eine ganze Stunde aufzunehmen, muss ich erst noch sehen, aber im Augenblick bin ich so was von auf einer Stelle belustigt und auf der anderen Stelle beunruhigt, dass ich sage, ich muss mich doch mal ins Mikrofon setzen und den nächsten Teil der Infquisition aufnehmen. Ich habe es früher letzte Woche wirklich nicht geschafft, bevor ich es heute schaffe. Ich möchte gerne weiterlesen im Impfspiegel, aber ich habe heute, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin und mit meiner Mutter und den Hunden spazieren war, mal kurz im Internet die News-Seite, also Neuigkeiten-Nachrichten-Seite gelesen, die geht bei mir komischerweise immer automatisch auf, wenn ich den Browser Edge öffne und dann gucke ich da immer mal rein. Das sind dann Nachrichten aus Belgien hauptsächlich. Und da stand dann etwas drin, da dachte ich, das muss ich mir mal in Deutsch eben raussuchen. Das ist ja interessant für unsere Impfquisitionssendung heute. Ja, dann zeige ich euch das doch einfach mal. Da muss man ja gar nicht mehr viel zu sagen. Das könnt ihr euch ja einfach mal anschauen. Also ob das hier jetzt RTL ist, von dieser Seite kommt das jetzt. Wenn ich jetzt eine Seite zurückgehe, werdet ihr sehen, das machen wir gleich. Das steht auch bei der FAZ, also FAZ und anderen. Es geht tatsächlich um eine Aussage dieses sogenannten deutschen Gesundheitsministers, Jens Spahn, was von dem zu halten ist. Er sagt ja hier, Spahn zu Impfstoffen, wir halten nichts zurück, was wir von Jens Spahn halten oder was jeder individuell von diesem Menschen, von dieser Person hält. Das ist eine andere Sache. Aber diese Aussage, die hat mich also wirklich auf der ersten Seite, erstmal hat sie mich lachen lassen und dann hat sie mich nachdenken lassen. Spahn soll gesagt haben, nach dem Winter ist jeder geimpft, genesen oder gestorben. Da habe ich gerade Michael über Skype einen Bericht geschickt und gesagt, ja, da fängt ja jetzt wohl in Deutschland das große Massensterben oder der größte Volkermord an. Weil, wenn er Recht behalten will, dann muss er ja dafür sorgen, dass nach dem Winter, also gegen Frühjahr im Jahr 2022 in Deutschland, jeder Bürger, der nicht geimpft ist, der nicht genesen ist, wir sprechen jetzt hier von Corona, Covid-19, gestorben ist. Das heißt also mit anderen Worten, er, man könnte es ja fast als eine Drohung verstehen, wenn das nicht so lächerlich wäre, was er hier sagt. Wenn das eine Drohung ist, dann heißt das mit anderen Worten, jeder andere wird einfach einen Kopf kürzer gemacht. So sehe ich das, so verstehe ich das, wenn er sagt, jeder ist geimpft oder genesen oder gestorben. Weil, das heißt mit anderen Worten, wenn ich nicht geimpft bin, dann bin ich gestorben. Und wie soll ich denn sterben, außer wenn ich jetzt durch irgendeine Krankheit oder einen Unfall oder was auch immer sterbe, außer durch die Hand desjenigen, der sich selbst Bundesgesundheitsminister nennt und dann hier solche wahnwitzigen Sprüche bringt. Also, wie gesagt, auf der einen Seite ist das lustig, auf der anderen Seite setzt das zum Nachdenken an. Was haben die eigentlich vor? Künde ich da hier einen großen Völkermord an? Ist das eine Voraussage, die man unter den Teppich kehren und als Treppenwitz zur Seite stellen kann? Oder ist das eine Sache, wo man sich vielleicht bedroht fühlen sollte? Nach dem Motto, wenn du nicht geimpft oder genesen bist, dann wirst du auf eine andere Art und Weise umgebracht, weil du bist gestorben. Also, mit anderen Worten, er sorgt vielleicht dafür, dass diejenigen sterben werden. Ich weiß es nicht. Ich finde nur, man muss bei solchen Dingen immer sehr vorsichtig sein, wie man das sagt. Und die Deutschen haben ja nun Erfahrung in Konzentrationslagern und Massenmord, wird uns ja nachgesagt. Also, von daher ist ja interessant. Ich spiele jetzt auch das Video nicht ab. Ich will ja hier keine Urheberrechtsstreite kriegen. Ich kann ja das Bild ruhig zeigen. Den Link von RTL tue ich euch mit rein. Und auch das hier, ich gehe mal eben eine Seite zurück, seht ihr, ich habe Jens Spahn geimpft, genesen oder tot. Habe ich einfach nur eingegeben. Und da seht ihr das hier, bei FAZ steht das, bei Zeit steht das, bei Handelsblatt steht das, bei RND steht das, Stern und so weiter und so weiter. Jens Spahn, Sie eigene Interpretation von 3G, ja. Geimpft, genesen oder gestorben. Bei mir gibt es ja 4G, ja. Bei mir gibt es ja geimpft, genesen, getestet und gesund. Und ich nenne mich selber G4. Die Frage ist dann, was ist denn dann G5? Denken wir mal an die neue Netzwerkpolitik. Vielleicht hat das ja auch damit zu tun. So, aber jetzt erstmal von dem offensichtlich erstmal lustigen, aber eventuell stark zum Nachdenken anregenden Thema dieses sogenannten Bundesgesundheitsministers. Auf eine andere aktuelle Sache. Ich habe die letzten Tage begonnen, das letzte Kapitel, glaube ich, ist das, aus diesem Buch Viruswahn zu lesen. Also das ist jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt das letzte Kapitel, muss man eben nachschauen. Ja, Kapitel 11 und dann kommt noch ein Epilog. Ja, das elfte Kapitel geht ja über Corona. Also das ist jetzt das, Kapitel 11 heißt hier, totaler Corona-Wahn von wertlosen PCR-Tests, tödlicher Medikationen und der Unmöglichkeit einer Virusursache. Ich bin jetzt selber auf Seite, wo bin ich denn überhaupt hier, 399 bereits angekommen. Und ich hatte einen Absatz hier vermerkt auf Seite 391, also das ist dann das Unterthema Nachweis von SARS-CoV-2, gefährliche Virusmutation, Quatsch mit Soße. In diesem Unterkapitel des letzten Kapitels habe ich mir einen Absatz rausgesucht, den möchte ich euch einfach nicht vorenthalten, den möchte ich euch gerne mal vorlesen. Es geht hier also um die Sequenzierung. Es geht hier im Grunde darum, um mehr oder weniger die Kochschen Postulate, so wie das im Allgemeinen heißt, zuzupassen, um überhaupt festzustellen, mit was für einem Virus handeln wir denn hier, wenn wir überhaupt von einem Virus sprechen können. Also wir müssen ja den Virus nachweisen können. Und dafür gibt es die Kochschen Postulate. Und aus einem Teil dieser Arbeit hier steht also auf Seite 391 im vorletzten Absatz eine sehr interessante Sache. Den ersten Teil, der ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber der zweite Teil ist eigentlich der, den ich am wichtigsten finde. So steht hier, so gehe aus dem Artikelabschnitt Whole Genome Sequencing, also ganze Genomsequenzierung hervor, dass die CDC, das ist die amerikanische Gesundheitsbehörde Center of Disease Control, nicht etwa das Virus isoliert und dessen Genom von einem Ende zum anderen komplett sequenziert. Das ist ja sehr wichtig zu machen. Man muss ja das Virus an sich isolieren von einem anderen. Man muss es dann reinigen, wie man eben auch nennt, purifying. Man muss es also komplett isolieren und dann das Genom dieses Virus sequenzieren. Das muss man ja machen. So, also steht hier, so gehe aus dem Artikelabschnitt ganze Genomsequenzierung hervor, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde oder Seuchenbehörde, lassen wir mal besser sagen, das Zentrum der Krankheitsbekämpfung, CDC, nicht etwa das Virus isoliert und dessen Genom von einem Ende zum anderen komplett sequenziert, sondern das Genom auf der Grundlage der Referenzsequenz des Coronavirus erzeugt hätte. Zwischen Klammern steht hier Genbank Zugangsnummer NC 04 55 12. Zitat Für mich stellt dieser Schritt der Computergenerierung einen wissenschaftlichen Betrug dar. So Cowan. Zitat weiterhin Es wäre so, als wenn Forscher ein Stück eines Hufs, ein Haar von einem Schwanz und einen Horn-Schnipsel finden und dann daraus ableiten würden, sie hätten ein Einhorn entdeckt. Anschließend haben sie diese Informationen in einen Computer eingegeben und programmiert, um das Einhorn nachzubilden. Und dann behaupten sie, diese Nachbildung am Computer sei das wirkliche Einhorn. Natürlich hatten die Wissenschaftler noch nie ein Einhorn gesehen und konnten daher unmöglich seine genetische Beschaffenheit untersuchen, um ihre Proben mit dem Haar, den Hufen und dem Horn des Einhorns zu vergleichen. Ende Zitat Nun, was oberflächlich erstmal wie ein großer Witz klingt, ist leider das, was uns heutzutage als Wissenschaft verkauft wird. Die nehmen irgendwas, sequenzieren irgendwas, meinen irgendetwas zu sequenzieren, kleben da ein Label drauf, wie man so schön sagt, einen Namen drauf, machen das dann am Computer, das sind immer diese computergenerierten Covid-Bilder, die ihr im Fernsehen und überall so seht, dieser komische Kreis mit diesen Noppen da dran und so was. Und meinen dann, sie hätten hier ein Virus, den sie euch deswegen vorhalten können, weil sie meinen, sie hätten hier irgendwas gefunden, was sie überhaupt nicht haben. Also, aus dem Artikelabschnitt Whole Genome Sequencing geht hervor, dass sich CDC nicht etwa das Virus isoliert und dessen Genom von einem Ende zum anderen komplett sequenziert hätte. Das wäre ja gut, wenn sie es gemacht hätten, sondern sie haben das Genom auf Grundlage der Referenzsequenz des Coronavirus erzeugt. So, und dann sagt er, es wäre so, als wenn ein Forscher ein Stück eines Hufs, ein Haar von einem Schwanz und ein Hortschnipsel finden und dann daraus ableiten würden, sie hätten ein Einhorn entdeckt. Ja, als ich das gelesen habe, da habe ich gerade gedacht an Piltdown Man. So, wer jetzt nicht weiß, wovon ich spreche, der sollte das mal ganz dringend googeln. Oder wir können das ja eben mal zusammen machen. Ich habe ja hier Google auf. Also, ich habe meinen Browser ja auch auf. Dann zeige ich euch mal, was der Piltdown Man ist. Piltdown Man. So, und dann gucken wir mal da Bilder dazu an. Und dann seht ihr hier mal den Piltdown Man. So, und dann könnt ihr das selber suchen. Ihr seht, wie es geschrieben ist. Ihr könnt euch da selber drüber informieren. Denn der Piltdown Man ist im Grunde nichts weiter als ein Betrug, der ans Licht gekommen ist, wo man versucht hat, die sogenannte Zwischenversion zwischen Affe und Mensch zu finden. Das war irgendwann zu Beginn des 20. Jahrhunderts, hier 1912 irgendwann in der Zeit. Einer der wichtigen Mitspieler dabei war der Jesuit Teilhard de Chardin. Ja, da hat man im Grunde dasselbe gemacht. Was man heute mit Hilfe von Computern viel professioneller machen kann, also als Betrug, ja. Ein Betrug, den man heute mit Computern viel professioneller machen kann, haben die damals versucht mit irgendwelchen Fundstücken, die sie irgendwo gefunden haben. Hier, Piltdown Man aus Wikipedia. Könnt ihr sogar hier mal durchlesen. Das ist jetzt in Englisch, aber wir klicken mal hier auf Deutsch. Und dann habt ihr den Artikel in Deutsch. Und dann gebe ich euch den hier mal in der Beschreibung des Videos mit dabei. Könnt ihr euch das mal anschauen. Und das, was hier passiert ist, ist im Grunde nichts weiter, was sie damals, also Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht haben mit dem Piltdown Man. Genau dasselbe machen sie heute mit diesem Coronavirus. Da sollte man mal drüber nachdenken. Und dann mal sehen, wie die Worte von Jens Spahn in dem Zusammenhang jetzt auf einmal interessant sind. So, also diesen Teil des Viruswarnbuches wollte ich euch nochmal eben vorlesen. Das fand ich einen sehr interessanten Absatz. Vor allen Dingen dann eben auch, um zu sehen, wie man eben weiter in die Richtung dann dort denken kann. Und jetzt gehen wir nochmal in das Buch der Impfspiegel in Wort und Bild. 500 Gutachten, Urteile und vernichtende Aussprüche ärztlicher und sonstiger Autoritäten über die Impffrage und verwandte, geehrte Irrlehren. Eine Denkschrift für das deutsche Volk. Wir hatten letztes Mal hier auf Seite 7 aufgehört zu lesen. Hatten bereits die Bilder hier kurz besprochen. Und jetzt ist die Frage, das erste Unterkapitel heißt hier, gibt es Gründe zur Bekämpfung der Naturheilkunde? Anfangen möchte ich hier mit einem Zitat, das ich gelesen habe. Das hat, glaube ich, Michael mir letztens geschickt über Skype von Aldous Huxley. Aldous Huxley ist vielleicht auch vielen bekannt oder auch nicht bekannt. Dann gehen wir nochmal eben zu Google. Meine favorite Suchmaschine, weil es ist ja egal, welche Lüge du aufmachst, sind ja alles Lügen hier. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Was wollte ich jetzt nachgucken? Achso, ja, Aldous Huxley. Aldous Huxley. Das ist der Autor des Buches Schöne neue Welt. Wikipedia haben wir den hier, Aldous Huxley. Und sein, ein Verwandter von ihm, jetzt müsst ihr mal eben nachgucken, wer war das? Julian Huxley. Wollen wir eben gucken, ob der hier beisteht. Ctrl-F. Julian. Ja, hier. Der Biologe und Schriftsteller Julian Huxley war der Bruder von Aldous Huxley. Der Biologe und Nobelpreisiger Antlo Feeling Huxley, ein Halbbruder. Ja, und dieser Julian Huxley, der war meines Erachtens der erste Vorsitzende von UNICEF oder sowas in der Richtung. Das hatte ich doch mal gelebt. War er das hier? Lehrt Evolutionismus natürlich. Wurde eine Darwin-Familie, Eveline. Wurde zum Knight-Bachelor geschlagen und so weiter. Also Ritter und alles drum und dran. War Präsident der Eugenic Society, also der Eugenischen Gesellschaft. War der das jetzt? Das ist, ich habe das vor Jahren... Ah, hier, ja. Julian Huxley spielte eine bedeutende Rolle in der Gründungsphase der UNESCO. Und war von 1946 bis 1948 der erste Generaldirektor der Organisation, der UNESCO. Die UNESCO ist ja die United Nations Education Society Dinge da. Also da geht es bei den Vereinten Nationen um Ausbildung, um Bildung. Also wie man schon ganz früh die Kleinsten in die Lügen reintreiben kann. Also das ist ein Bruder von dem Aldous Huxley. So. Ne? Ist doch ein Bruder, ne? War der Bruder von Aldous Huxley. Ja, genau. So. Dieser Julian Huxley. Also. Der Aldous Huxley schreibt dieses Buch, Schöne neue Welt. Sein Bruder ist erster Vorsitzender der UNESCO. Und jetzt ist ja interessant, was sagt denn hier der Julian Huxley? Was hat mir denn der Michael da Schönes durchgeschickt? Zitat. Die medizinische Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten so ungeheure Fortschritte gemacht, dass es praktisch keinen gesunden Menschen mehr gibt. Und ich schätze mal, diese Aussage wird irgendwann 1950 plus Jahre irgendwann in der Zeit gefallen gewesen sein. Ich habe jetzt keine Lust, das genau nachzuschauen. Das kann ja jeder für sich selbst machen. Dieses Zitat wird jedenfalls Aldous Huxley zugesprochen. Und Aldous Huxley hat dann diesen Roman geschrieben, Schöne neue Welt, der ja im Grunde eine etwas andere, aber doch ähnliche Form von 1984 ist, das von Eric Arthur Blair alias George Orwell geschrieben wurde, das damals als utopischer Zukunftsroman abgetan wurde. So utopisch ist das aber heute in 2021 nicht mehr. Da kann sich ja jeder mal umschauen. So. Bitte verzeiht mir, dass ich zwischendurch noch einen Kaffee trinken tue hier, weil das brauche ich im Augenblick. Und da wollen wir doch nochmal eben hier in das Buch reingehen, also über den Impf, nicht über den Impfwahn, nee, nee, über den Impfspiegel. So, dass wir das hier auf die Reihe kriegen. Also, gibt es Gründe zur Bekämpfung der Naturheilkunde? Weil das ist ja eine wichtige Frage, die hier irgendwo gestellt wird. Es gibt die Naturheilkunde und es gibt die Schulmedizin. Das eine wird eigentlich gegenüber das andere gestellt. Und das ist hier jetzt vielleicht noch nicht der wichtigste Teil aus diesem Buch. Das ist mit vielen Büchern eben so, die fangen ruhig an und steigern sich dann rein. Und ich kann euch sagen, der Impfspiegel wird nachher also ein sehr interessantes Buch, wo ich unglaublich viele Dinge angestrichen habe. Hier am Anfang ist es noch ein bisschen weniger, aber wir lesen hier zum Beispiel Dr. Med F. Schürer von Waldheim an jene deutschen Professorin der medizinischen Wissenschaften, welche ärztliche Praxis ausüben. Zitat Soll aber die hohe Schule Recht behalten, auch auf Kosten der Menschheit? Denn hier, meine Herren Professoren, handelt es sich um eine Sache von höchster Wichtigkeit, an der die Gesundheit und das Wohl der ganzen Menschheit beteiligt ist. Die falsche und richtige Behandlung der Infektionskrankheiten. Also, das, so sagt der Dr. Schürer von Waldheim, ist eine Frage, mehr oder weniger, die auf Kosten der Menschheit in dieser Welt beantwortet wird. Es ist von höchster Wichtigkeit die Frage der richtigen Behandlung von Infektionskrankheiten. Ist die richtige Behandlung von Infektionskrankheiten eher eine natürliche Behandlung, oder verlassen wir uns da ganz auf die Schulmedizin, um das mal kurz eben zusammenzubringen? Er sagt weiterhin, heute wissen schon Millionen von Menschen über Hautatmung und Ausdünstung, über den Wert des Schwitzens im gesunden und kranken Zustand besser Bescheid, als sie, die Professoren der Medizin. Der gesunde Menschenverstand, der aufgrund von Erfahrungen urteilt, hier sie, die geeichten Führer der medizinischen Wissenschaften, die gleich eigensinnigen Kindern an alten Irrtümern festhalten. Naturforscher, die ohne Untersuchung verwerfen. Praktiker, die durch Erfahrungen nicht lernen wollen. Und warum dieser heillose Zustand? Weil sie sich einfach in eine Sackgasse verrannt haben und nicht herauswissen. Weil sie es nicht zugeben wollen, dass sie Irren und Irrtum lehren. Weil sie die Erkenntnis der Wahrheit niemals von der Hand der Naturheilkunde empfangen wollen. Weil sie die Erkenntnis der Wahrheit niemals aus dem Wort Gottes empfangen wollen, nenne ich das mal auch. Sie fürchten, dass sie Unrecht haben könnten und gehen darum der Prüfung der Sache lieber aus dem Weg. Darüber handelt das ganze Hälfte Kapitel im Buch Viruswahn. Wirklich wahr. Sie suchen das Fieber zu bekämpfen. Sie sind bestrebt, die erhöhte Körpertemperatur durch Wärmeentziehung aller Art herabzusetzen. Aber das ist falsch. Denn damit begünstigen sie nur die eingedrungenen Bakterien, welchen die Fieberhitze mit der gesteigerten Antioxidbildung und Leukozytose höchst schädlich ist. Der Körper wehrt sich gegen die Eindringlinge durch das Fieber mit seinen Begleiterscheinungen. Und sie bekämpfen das Fieber. Also mit anderen Worten, wenn ich krank bin und ich habe Fieber, und ich bekomme fiebersenkende Medikation, dann gehe ich im Grunde damit gegen meinen eigenen Körper an, der das Fieber gebraucht, um mich zu heilen. Natürlich muss ich das Fieber kontrolliert halten. Das heißt, ich darf natürlich nicht über 42 Grad fiebern, weil da sterbe ich. Dann passiert ja irgendwas mit den Eiweißen. Da wäre ich jetzt kein Doktor. Aber ich kann es jetzt nicht genau ausdrücken. Aber dann werde ich ja mehr oder weniger gekocht. Und das geht ja nicht. Man muss es also kontrollieren. Ja, man muss es eindämmen. Aber man muss es nicht absenken. Man muss es nicht abwehren. Der Körper wehrt sich gegen die Eindringlinge durch das Fieber mit seinen Begleiterscheinungen. Und wenn das Fieber bekämpft wird, dann helfe ich im Grunde der Krankheit, diesen Menschen weiterhin krank zu halten oder krank zu machen. Bei der Heilserumbehandlung suchen sie die Bakteriengifte durch Gegengifte zu neutralisieren. Aber sie tun nichts, um Gift und Gegengift hernach aus dem Körper zu schaffen. Man muss ja das, was der Körper einmal als Gift aufgenommen hat, wo der Körper sich dann gegen wehrt und wo man ihn dann sozusagen mit der Schulmedizin gegen unterstützt, da muss man ja auch, nachdem man das gemacht hat, die ganzen Mist aus dem Körper rausholen. Entgiften auf eine bestimmte Art und Weise. Wie sagt Prof. Dr. Miet Mollischoff so schön? Gebt mir ein Mittel, Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit. Also mit anderen Worten, durch Fieber wird geheilt. Fieber selbst ist keine Krankheit. Nun, das finde ich gerade in dem Punkt wichtig, wenn ich mich daran erinnere, dass wir ja letztes Jahr, als wir hier in Belgien das Corona hatten, das haben wir heute immer noch und ihr habt es in Deutschland auch, aber als ich in diesem Impfzentrum war, ich bin ja als Taxi-Chauffeur da ständig hingefallen, habe Leute hingebracht, die sich impfen lassen wollten. Ab und zu bin ich da mal reingegangen, weil ich mal auf Toilette musste in der Zwischenzeit. Aber wenn ich da halt durch die Schranken wollte, dann musste ich meinen Fieber messen lassen, dann musste ich meinen Kopf scannen lassen, dann musste ich da hinhalten und dann haben sie mir die Körpertemperatur gemessen. Mit anderen Worten, wenn ich eine erhöhte Körpertemperatur habe, dann bin ich schon krank in der Hinsicht. Und was sagt der Doktor hier? Gebt mir ein Mittel, Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit. Gerade diese erhöhte Körpertemperatur, gerade das Fieber, ist also Teil des Heilungsprozesses. Nicht, um zu erkennen oder um zu sagen, dadurch bin ich jetzt krank, sondern um zu sagen von, mein Körper kämpft gerade gegen etwas, was krank macht und das drückt sich eben aus in dem Fieber. Wenn man diese Seiten hier mal ganz ruhig durchliest, deswegen probiere ich das ein bisschen vorzulesen und ihr könnt das ja gerne nachlesen, weil das Buch steht ja online, der Link ist ja in der Beschreibungsbox des Videos damit bei, lest euch das selber gerne mal durch, dann versteht ihr viele Funktionen eures Körpers, wie zum Beispiel Fieber, auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise. Das wurde mir so früher auch nicht gelehrt. Mir wurde zwar gelehrt, dass, ja, wenn du Fieber hast, dann bist du krank, ja, aber mir wurde nicht gelehrt, dass der Körper eben genau das Fieber gebraucht, um diese anderen Bakterien, sage ich jetzt mal, Erreger abzutöten, weil die sterben eben auch durch Hitze. Also sagt der Körper, ich erhöhe meine Körpertemperatur und dann töte ich dadurch diejenigen ab, die hier gar nicht reingehören. So, verstehe ich das hier zumindest. Gebt mir ein Mittel, Fieber zu erzeugen und ich heile jede Krankheit. Geheimrat Prof. Dr. Quinke als Freund der Naturheilkunde. Der rühmlichst bekannte Kliniker Prof. Quinke von der Universität Berlin, der oft für die Naturheilkunde eingetreten, wurde bei der Abschiedsrede durch Prof. Dr. Wandel in folgenden Worten besonders geehrt. In den Zeiten, als an fast allen Orten im Überheben der Verkennung mancher sogenannten wissenschaftlichen Errungenschaften ein therapeutischer Nihilismus herrschte, da hatten sie bereits in ihrer Klinik die physikalischen Heilmethoden zu einer Vollkommenheit entwickelt, die heute von der Allgemeinheit der Ärztewelt noch lange nicht erreicht ist. Manche böse Erfahrung, manche Niederlage wäre den ärztlichen Berufen erspart geblieben, wenn man früh genug ihrem weitsichtigen Beispiel in der Würdigung der Naturheilmethode gefolgt wäre. Also Naturheilkunde oder Natur und natürliche Mittel gegen die Schulmedizin und Pharmazie. Eduard von Hartmann über soziale Kernfragen Zitat Hier wirken neben Schule und Militärdienst ganz besonders segensreich die sogenannten Naturärzte, die sich ein nicht genug anzuerkennendes Verdienst damit erwerben, wenn es ihnen gelingt, das ihnen Vertrauen schenkende Volk dahin zu bringen, dass es sich ordentlich wäscht, seinen Körper pflegt und Reinlichkeit in der Wohnung gibt. Es ist die hohe kulturgeschichtliche Bedeutung der Naturärzte, das Volk zu lehren, sich durch ein naturgemäßes Leben Seuchen festzumachen und sich nicht darauf zu verlassen, dass der Arzt es davon befreien werde, wenn es erst befallen hat. Und gerade dieser letzte Satz, es ist die hohe kulturgeschichtliche Bedeutung der Naturärzte, das Volk zu lehren, sich durch ein naturgemäßes Leben Seuchen festzumachen. Was ist denn heutzutage ein naturgemäßes Leben? Reichlich Bewegung, keine Drogen, kein Rauchen, kein Alkohol und eine möglichst gesunde zwischen Anführungszeichen biologische Ernährung. Man kann nicht alles biologisch kriegen und biologisch ist oftmals mehr nur ein Label, als dass es wirklich gesund ist. Aber zurück zur Natur, sage ich jetzt mal. Zurück zu, wie es früher war, wo die Leute noch gesund waren. Und fährt er fort, uns sich nicht darauf zu verlassen, dass der Arzt es davon befreien werde, wenn es sie erst befallen hat. So leben wir doch heutzutage in einer Art und Weise der Sorgenlosigkeit. Ich kann meinen Körper vollstopfen mit allen möglichen Mist. Ich kann Drogen nehmen, ich kann rauchen, ich kann trinken, ich kann rumhuren, es gibt ja auch sexuell übertragbare Krankheiten und so weiter. Ich kann machen, was ich will. Danach gehe ich dann halt zum Arzt und dann soll ich dem Arzt sagen, jetzt wirst du mich davon befreien. Dann schmeißt du mich mal voll mit irgendwelchen Pillen. Das ist ja oftmals die Art und Weise, wie die Leute heutzutage denken. Und diese Denkweise hat sich verändert zu einer Lebensweise. Pass auf, ich spreche jetzt nicht jeden an, der dieses Video schaut. Viele davon, die dieses Video schauen, sind sich ja davon bewusst und tun das eben nicht. Aber wir sprechen doch von der großen Masse der Menschen. Man gucke sich doch nur mal an, wenn man solche Experimente sieht, wie da vor einigen Jahren einer gemacht hatte und da einen Film von gemacht hat. Super Size Me, der sich den ganzen Monat nur von diesem Dreck von irgendwelchen Lebensmitteln ernährt hat, die man in Schnellrestaurants bekommt. Ich versuche jetzt immer nicht die ganzen englischen Begriffe zu gebrauchen, sondern mal die deutschen Begriffe zu gebrauchen. Diese ganzen Schnellimbisse, wo das ganze vorgefertigte Essen ist und wenn man dann einen ganzen Monat von lebt, was hat das dann eigentlich für Resultate auf den Körper? Das wurde dann damals, kam das glaube ich raus unter dem Titel Super Size Me oder sowas. Könnt ihr ja mal nachschauen. Und das ist leider oftmals die Einstellung der Menschen heutzutage. Oh, ich muss ja vorher gar nichts machen, mir geht das ja gut, ich kann ja weitermachen mit diesem und mit jenem, was ich jetzt auch immer mache, es hat keine Konsequenzen und wenn es da Konsequenzen hat, dann gehe ich eben zum Arzt und der Arzt wird es schon richten. Diese Sorglosigkeit und dieses Abgeben der Verantwortung an die Halbgötter in Weiß ist genau das, was dazu geführt hat, dass wir da sind, wo wir heute sind. Zu einem großen Teil zumindest. Und wie gesagt, ich spreche hier nicht von jedem, aber ich spreche von der großen Masse. Und das ist ja auch die große Masse, die in die Regel geführt wird. Professor Virchow sagt, die größten Kurpfuscher sind die Mediziner. Professor Schwenninger sagt, das gibt es nirgends und gab es nie, dass eine Klasse von Staatsbürgern sich das Vorrecht anmaßt, in derselben Sache zugleich Partei, Ankläger und Richter sein zu wollen. Ihr wollt euch unbequeme Bedränger vom Hals schaffen? Deshalb zeigt ihr sie an. Gebt sachverständige bedenkliche Berichte ab, auf die hin das Urteil gefällt wird. Unerhörte Zustände beim Studium der Medizin. Wie gesagt, ich lese nicht alles und deswegen lassen wir das jetzt auch mal eben für was es ist. Aber es gibt hier auf Seite 9, habe ich mir angestrichen, habe ich hier ein Ausrufezeichen gesetzt bei Eduard von Hartmann. Mal gucken, wo ist denn das hier jetzt online? Unerhörte Zustände beim Studium der Medizin. Eduard von Hartmann, wo bin ich denn hier jetzt? Seite 9, ich bin schon zu weit hier. Wo war denn das? Eduard von Hartmann. Das habe ich gerade gelesen. Soziale Kernfragen. Gut, das haben wir gelesen. Was habe ich hier mit dem Ausrufezeichen versehen? Hier wirken neben Schule und Militärdienst ganz besonders segensreich sogenannte Naturärzte, die sich ein nicht genug anzuerkennendes Verdienst damit erwerben, wenn es ihnen gelingt, das ihnen vertrauensschenkende Volk dahin zu bringen, dass es sich ordentlich wäscht, seinen Körper pflegt und Reinlichkeiten der Wohnung gibt. Es ist die hohe kulturgeschichtliche Bedeutung der Naturärzte, das Volk zu lehren, sich durch ein naturgemäßes Leben Seuchen festzumachen und sich nicht darauf zu verlassen, dass der Arzt es davon befreien werde, wenn er es erst befallen hat. So, wichtiger Punkt. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal an die ganze Zeit denken mit Corona, wo sie eben sagen, ja, Hände waschen und Hände desinfizieren und all diese ganzen Blödsinn, also diese ganzen Desinfektionsmittel, die sind auch nicht gerade die gesündesten, da sind oftmals Bestandteile drin, die nicht so gesund sind, das kann ich euch deswegen sagen, weil ich gebrauche das Zeug nicht, habe ich nie gemacht, habe ich nie gebraucht, weder vor Corona noch während Corona, also jetzt, meine Hände waschen ich mir auch vielleicht höchstens ein- bis zweimal täglich, da könnt ihr jetzt von denken, was ihr wollt, das ist mir völlig wurscht, ich bin gesund und bin mein ganzes Leben so gut gefahren und habe nicht diese übermäßige Reinlichkeit an den Tag gelegt und auch bei mir zu Hause ist nicht alles steril, es ist zwar sauber, es ist ordentlich, aber es ist nicht alles steril und je steriler das ist, desto mehr man das Krankenhausproblem hat, dass man eben gerade im Krankenhaus die meisten Keime sich einfährt, das ist doch inzwischen bekannt, dass es ja diese Krankenhauskeime gibt, die eben vor allen Dingen daher entstehen, weil da Überreinlichkeit ist und dann sind die Leute halt auch eben überempfindlich für solche Dinge. Der Punkt ist, wenn wir hier jetzt gerade eben das gelesen haben, dass man eben durch naturgemäßes Leben sich Seuchen festzumachen, das Volk zu lehren, das Volk dahin zu bringen, dass er sich ordentlich wäscht, seinen Körper pflegt und Reinlichkeiten der Wohnung gibt. Das ist ja auch in Ordnung. Man muss sich regelmäßig waschen, man muss seinen Körper eben pflegen, aber doch nicht bitte schön mit all diesen ganzen künstlichen Mittelchen, die es heutzutage gibt. Körperpflege fängt auch heute schon an mit so einem Duschgel. Früher nahmen die Leute nochmal Seife und haben sich gewaschen, dann sind sie auch sauber geworden. Heute nimmst du Duschgel, da musst du erst mal lesen, welche 35 Zutaten da alle drin sind. Und da reibt man sich täglich mit ein. Wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir solchen Mist gebrauchen, unsere Haut ist das größte Organ, das der Mensch hat. Und unsere Haut schirmt eigentlich alles, was da drunter liegt, ab von irgendwelchen Dingen, die da eindringen sollen. Also soll ich die Haut dann auch auf eine vernünftige Art und Weise behandeln. Wenn ich meine Haut aber ständig mit irgendwelchen Desinfektionsmitteln behandle, die unnatürlich sind, weil in diesen Desinfektionsmitteln, wenn ihr da mal drauf schaut, die meisten Dinge, da steht sogar drauf, dass man die als Sondermüll entsorgen muss, den Inhalt davon. Ich mache mir doch mit Sondermüll meine Hände nicht rein. Wo ist denn da die Logik von? Deswegen habe ich diese Desinfektionsdinge nie gebraucht. Da müssen wir mal gucken, was da eigentlich alles draufsteht, was da eigentlich alles drin ist. Alkohol auf der einen Seite, ja okay, aber das trocknet dann die Haut aus, macht die Haut rissig, macht die Haut spröde und dadurch ist die Haut dann empfänglich, dafür Dinge durchzulassen, die es normalerweise abwehrt. Die Frage ist, wie macht man das? Wie pflege ich meinen Körper? Wie wasche ich mich ordentlich? Und wie übe ich Reinlichkeit in der Wohnung aus? Wenn ich meine Wohnung regelmäßig Staubsauger und Staub wische, das ist eine Sache, aber wenn ich da kleinlich so kniebel überall darauf achte, dass nirgendwo auch nur ein Staubkorn rund liegt und das alles mehr oder weniger klinisch rein ist, ja dann bin ich ein bisschen falsch, meine ich, mit der ganzen Sache. Ich wollte nochmal eben sagen, es sind so diese kleinen Absätze, auch in diesem Buch, die also mich zumindest oftmals wirklich ans Denken gesetzt haben und dann sagen, ja, natürlich ist Reinlichkeit in Ordnung, natürlich ist es in Ordnung, seinen Körper zu pflegen und zu waschen, aber wie pflege ich dann meinen Körper heute? Wie hat man das damals gemacht? Das Buch ist ja von 1920, wenn ich mich nicht irre, und geht ja dann eben auch um die Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts, oftmals sogar zurück in das 19. Jahrhundert hinein oder vielleicht sogar noch weiter. Und damals war das ja neu, dass man sich säubern musste. Viele Leute dachten ja, wenn der Lehm erstmal drei Meter tief an mir klebt, dann bin ich ja dadurch geschützt. Was vielleicht auch nicht ganz unruhig ist, weiß ich nicht, habe ich noch nie probiert, aber im Großen und Ganzen sollte man halt probieren, einigermaßen sauber und ordentlich zu sein. Aber eben sich auf natürliche Art und Weise zu säubern, eben auch und nicht auf diese chemische Art und Weise, was dann wieder natürlich in Einklang geht mit der Lebensweise, die wir heutzutage haben, alles künstlich, also pharmazeutisch und chemisch. Schaut euch doch mal die Bestandteile eures Duschgels an. Schaut euch doch mal die Bestandteile eures Haarshampoos an, was da alles drin ist. Kennt ihr das, was da alles drin ist? Also, ich gebrauche eigentlich, ich habe jahrelang kein Duschgel mehr gebraucht, erst mal eben, deswegen bin ich nicht einfach schmutzig, weil ich dusche mich jeden Tag. Ich bin sauber, weil ich mich dusche. Aber der Punkt ist, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ich dusche mich zwar jeden Tag, aber ich gebrauche nicht jeden Tag, da Kernseife schon mal gar nicht, aber ich schon gar nicht Duschgel. Und in der letzten Zeit, weil ich im Auto, beim Taxifahren öfter doch ein bisschen was schwitze, habe ich angefangen, so einen Tropfen Duschgel nehme ich da mal und dann verreibe ich den und mache mir den unter die Achseln und mache da, dass es da ein bisschen frischer riecht. Das hilft dann zumindest die ersten paar Stunden, das schon. Aber ich glaube, ich werde mir auch noch mal Seife kaufen. Eine richtige, vernünftige Kernseife und da werde ich meinen Körper einseifen und damit abwaschen. Dann riecht man vielleicht nicht stundenlang so schön, aber man ist sauber. Es geht eben darum, welche Mittel man eben auch gebraucht. Und je natürlicher die Mittel sind, um sich sauber und reinzuhalten, desto weniger anfällig ist man auch für diese ganzen Chemieattacken, sage ich jetzt mal. Außerdem wollen wir jetzt auch nicht vom Hundertstel ins Tausendstel kommen, aber ich finde gerade solche Sätze, wie der Eduard von Hartmann das in den sozialen Kernfragen eben sagt, sind wichtig, um dann mal eben darüber nachzudenken, um gleich stillzustehen, zu sagen von, schaut mal, damals hatte das Volk nicht den Hygienestandard, den man haben konnte, aber, und das werden wir dann später noch lernen, jedes Mal, wenn die Hygiene Fortschritte gemacht hat, wenn die Leute in sauberen Umgebungen gelebt haben, also nicht in der Kloake, wie zum Beispiel im Mittelalter oftmals, wo das ja leider so ist, da gab es ja keine Wassertoiletten, wie wir sie heute haben, also Wasserspülungstoiletten, da gab es noch nicht mal für das normale Volk irgendwelche Riolerien, wie nennt man das jetzt, also Abwasser, ja, Mensch, wie heißt denn das jetzt, also Gullis und, und, und halt, ja, also dass der ganze Abfall aus dem Haus, die Kanalisation, danke, das ist das Wort, Kanalisation gab es ja damals noch gar nicht, wo man eben solche Dinge kanalisieren konnte, das heißt, von den Leuten weg reinmachen konnte, je mehr es das gegeben hat, je weiter dieser Fortschritt ging, desto mehr gingen auch bestimmte Krankheiten zurück, ja, ähm, vor allen Dingen die, die irgendwelchen Viren zugesprochen wurden, so, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen weiter in dem Buch gehen, mal gucken, wie verbietet er schon eine Aufnahme hier, ach guck mal, schon 40 Minuten haben wir geschafft, ja, so schnell vergeht die Zeit, wenn man nicht weiß, ob man eine Stunde voll kriegt, ich hoffe auch, dass ihr versteht, was ich hier sage, ich habe nichts geskriptet, ich setze mich hier hin und ich versuche das zu erklären, so wie ich das verstehe und ich finde, dass der, äh, Eduard von Hartmann hier sehr, sehr recht hat, dass er meint, es ist eine hohe kulturgeschichtliche Bedeutung der Naturärzte, von denen das Volk gelehrt bekommen hat, sich durch ein naturgemäßes Leben solchen festzumachen, durch ein naturgemäßes Leben, lebe im Einklang mit der Natur, dann tut die Natur dir auch nicht weh, na, um es mal auf einen kurzen Nenner zu bringen, und sich eben nicht darauf zu verlassen, dass man erstmal alles machen kann, rauchen, saufen, und so weiter, und so weiter, rumleben kann, wie man will, Drogen nehmen und schlechte Ernährung, alles drum und dran, und sich dann im Endeffekt darauf zu verlassen, dass der Arzt mich dann von den Qualen befreit, die ich mir dann selber im Grunde eingeheimst habe. So, jetzt sind wir also hier auf dieser Seite 9. Mal eben gucken, nicht, dass die anderen Seiten jetzt alle unwichtig sind, aber wir sehen hier auf der nächsten Seite nochmal einen Teil, den ich mir hier angestrichen habe. Beim Studium der Arzneimittellehre, ach Mensch, halt auf mit diesen blöden Meldungen hier. Beim Studium der Arzneimittellehre merkt man sehr bald, dass tatsächlich von keinem Arzneimittel eigentlich feststeht, wie es wirkt. Das ist doch mal eine interessante Aussage. Da können wir ja gleich nochmal ein bisschen weiterlesen. Das Merkwürdige ist, dass neben dem Kolleg der Arzneimittellehre noch ein zweites Kolleg, die Giftlehre, gelesen wird. Wenn man da hineingeht, was leider nur sehr wenige Studenten tun, weil es nicht zum Examen gebraucht wird, dann erfährt man, dass alle die Stoffe, die man als Heilmittel hat, aufmarschieren sehen, hier mit einem Male als Gifte auftauchen. Ja. Wenn man die richtigen Bücher liest, wenn man die richtigen Dinge studiert, dann sieht man auf einmal, dass etwas, was eigentlich als Gift gelehrt wird, hier als Heilmittel auftaucht. Oder was als Heilmittel auftaucht, als Gift eben auch passieren kann. Den Spruch kennt ja nun, glaube ich, jeder. Die Dosis macht das Gift. Also mit anderen Worten, Arsen ist gesund. Wenn ich es in kleinen Dosen zuführe, ja, dann kann es ja auch Heilmittel sein. Aus dieser falschen Lehre heraus hat man zum Beispiel Quecksilber gebraucht, zum Heilen. Was meint die denn, warum Quecksilber in Amalgam-Zahnfüllungen heutzutage immer noch drin ist? Aber im Endeffekt stellt man dann doch fest, dass man da eigentlich kranker von wird. Also, das gehört jetzt zu dem Untertitel hier, unerhörte Zustände beim Studium der Medizin. Na, vielleicht gehen wir doch nochmal an den Anfang hier. Na, hier, zwei unerhörte Zustände beim Studium der Medizin. Dr. Med. Wilhelm Winsch, Halensee bei Berlin, sagt, Zitat, Der Hygieneprofessor muss auch Bakteriologie lesen und ist weiter belastet mit der Lehre der Pockenimpfung. Derselbe Gelehrte, der zeigen soll, dass die Gesundheit sehr wesentlich von Reinlichkeit abhängt, der muss gleichzeitig eine mittelalterische, Dreckhypothese lehren. Denn die Schutzpockenlympe, also das ist die Pockenimpfung, ist doch weiter nichts als Schmutz aus den Abgängen des tierischen Körpers, den man zu Heilzwecken benutzt. Früher, und da spricht er jetzt also über die Jahrhunderte davor, hatte man die sogenannte Dreckapotheke. Das heißt, man gebrauchte Kot, Urin und Auswurf von Tieren, füge ich jetzt hinzu, zu Heilzwecken. Heute macht man das viel raffinierter und zwischen Anführungszeichen wissenschaftlicher, nämlich in Form von Schutzpockenimpfung und Heilserumbehandlung. Tja, das ist mal interessant, ne? Deswegen fahren wir fort. Beim Studium der Arzneimittellehre merkt man sehr bald, dass tatsächlich von keinem Arzneimittel eigentlich feststeht, wie es wirkt. Das Merkwürdige ist, dass neben dem Kollegen der Arzneimittellehre noch ein zweites Kollege, die Giftlehre, gelesen wird. Wenn man da hineingeht, was leider nur sehr wenige Studenten tun, weil es nicht zum Examen gebraucht wird, dann erfährt man, dass all die Stoffe, die man als Heilmittel hat, aufmarschieren sehen, hier mit einem Male als Gifte auftauchen. Tja, die meisten Studenten wissen nicht, dass Dinge, die zum Heilen gebraucht werden, diese Heilmittel, eigentlich Gifte sind. Weil den Teil studieren sie nicht. Weil das wird im Examen nicht gefragt. Und wenn man so ein Student ist, sicher in der Medizin, da muss man, glaube ich, sehr selektiv sein, also auswählen, was man lehrt, was man studiert und was man nicht studiert. Weil der Kopf kann eben nur so viel behalten. Und wenn dann da drin steht, das und das wird nicht im Examen gebraucht, ja, dann lerne ich das doch nicht für meinen Examen. Wird ja doch nicht gefragt. Da muss ich das ja auch nicht wissen. Was für Folgen das im weiteren Leben dieses angehenden Studenten dann hat, der ja später mal ein Doktor wird, ein Halbgott in Weiß, das kann man ja gar nicht abmessen. Wenn man in das Kolleg der Giftlehre hineingeht, was die meisten nicht tun, weil es nicht zum Examen gebraucht wird, erst dann erfährt man, dass all die Stoffe, die man als Heilmittel hat, aufmarschieren sehen, hier mit einem Male als Gifte auftauchen. Das Kolleg über Giftlehre war tatsächlich zu meiner Zeit nur von sechs Studenten belegt. Und von diesen sechs Studenten waren nur zwei, welche dieses ausgezeichnete Kolleg auch wirklich besuchten. Es ist daher kein Wunder, dass die Ärzte später in der Praxis nicht wissen, dass die Arzneien Gifte sind, weil sie es nicht zu hören bekommen, weil es nicht Teil des Examens ist. In der Arzneimittellehre wird der Professor sich hüten zu sagen, das und das sind Gifte, die namentlich den großen chemischen Fabriken und den Apotheken helfen. Ein Vertreter der chemischen Industrie hat mal in einer Fachzeitschrift erklärt, dass die Ärzte eigentlich weiter keine Aufgabe hätten, als die Handlungsreisenden der chemischen Arzneimittelfabriken zu sein. Nochmal bitte. Ein Vertreter der chemischen Industrie hat mal in einer Fachzeitschrift erklärt, dass Ärzte eigentlich keine Aufgabe hätten, als die Handlungsreisen der chemischen Arzneimittelfabriken zu sein. Ja, wir wissen doch, dass Ärzte heutzutage ständig von pharmazeutischen Vertretern besucht werden. Und die sagen, oh Doktor, du musst mal dieses Mittel vorschreiben, weil wenn du dieses Mittel vorschreibst und du verkaufst da so und so viel von, dann bezahlen wir dir eine Kreuzfahrt, dann bekommst du ein neues Auto, dann kriegst du dies, dann kriegst du das, dann kannst du dies verdienen, dann kannst du das verdienen. Die pharmazeutischen Unternehmen, und das ist ja kein großes Geheimnis, was ich sage, setzen ihre pharmazeutischen Vertreter ein, um zu Doktoren zu gehen, um sogenannte Arzneimittel, Medizin zu verkaufen. Und je mehr das verkauft wird, desto mehr verdient die Pharmaindustrie daran. Und sie lässt dann diejenigen, die es verkaufen, nämlich die Doktoren, eben daran mitverdienen, zum Teil, indem sie in irgendwelche Incentives versprechen. Das ist nun kein großes Geheimnis, das weiß jedes Kind. Das Problem ist, jedes Kind weiß es, und trotzdem rennen wir alle zum Arzt und lassen uns diesen Mist verschreiben. Das ist der Punkt. Und hier steht das ja nun wirklich in diesem wunderbaren alten Brief schon drin. Ärzte sind eigentlich gar nichts anderes als Handlungsreisende der Pharmaindustrie. So liest sich dieser Satz hier unten in blau, heutzutage im 21. Jahrhundert. Professor Dr. Medmenge an der Universitätsfrauenklinik zu Leipzig führte ein Eitergeschwüre erzeugendes Bakterium in die Scheide von 35 unglücklichen Frauen ein, bei denen vorher der Bauchschnitt gemacht worden war. Also, Bauchschnitt, denke ich mal, ist die Kaiserschnitt. Das selbe Experiment wiederholte Dr. Medbeek-Krönig von der gleichen Klinik bei 39 Schwangeren, denen er von einer Leiche entnommenen Eiter einschmierte. Professor Dr. Medneisser aus Breslau erzeugte syphilistische Gespüre und übertrug dieses Syphilis-Gift auf unschuldige Kinder und Erwachsene mit der Idee zu impfen. Ja? Also, mit dem Bauchschnitt, da bin ich wohl... Ne, das kann wohl nicht Kaiserschnitt sein. Auf jeden Fall wurde da wohl der Bauch aufgeschnitten in irgendwas und er führte Eitergeschwüre, ein erzeugendes, ein Eitererzeugendes, ein Eitergeschwür erzeugendes Bakterium in die Scheide von 35 unglücklichen Frauen ein, bei denen vorher der Bauchschnitt gemacht worden war. Also, auf jeden Fall wird der Frau ein Eitergeschwür erzeugendes Bakterium eingeführt, um dafür zu sorgen, dass sie eben zwischen Anführungszeichen geimpft ist. Es geht ja hier um eine Heilungsmethode. Dasselbe Experiment wiederholte Dr. Med B. König an der gleichen Klinik bei 39 Schwangeren, von denen er von einer Leiche entnommenen Eiter einschmierte. Das ist übrigens auch publiziert gewesen damals in der Deutschen Medizinischen Wochenzeitschrift 1894, Nummer 43, Seite 819. Professor Dr. Med Neisser aus Breslau erzeugte syphilistische Geschwüre und übertrüg dieses Syphilis-Gift auf unschuldige Kinder und Erwachsene. Die Professoren Dr. Med Friedinger und Robert haben 60 Kinder und junge Leute dazu missbraucht, dass sie gleichfalls das schreckliche Syphilis-Gift künstlich übertrugen. Die Professoren Geheimräte und so weiter Dr. Med Bergmann und Hahn in Berlin haben das Gift des unheilbaren Krebses Ahnungslosen und Krankenanstalten anvertrauten Kranken beigebracht. Professor Dr. Med Epstein, das ist nicht derjenige aus dem Pizzagate, da der Pädophile aus Amerika, Professor Dr. Med Epstein, Spezialarzt der Kinderheilkunde, fütterte die ihm als Arzt anvertrauten Krankenkinder mit Spülwürmeiern, die er mit Sirup und Menschenkot vermischte. Ist dies ärztliche Heilkunst oder sind es gemeingefährliche Verbrechen? Kann da keine Staatsanwaltschaft eingreifen? Gelehrte Irrlehren in der Medizin Da geht's weiter. Aber ich glaube, wir müssen erstmal verarbeiten, was wir heute alles haben ertragen müssen und ich werde auch noch dafür sorgen, dass dieses Video einen ganz besonderen Vorspann bekommt. Habe ich letztens was bekommen. Mal sehen und ich werde das Video hier heute beenden. Wir nächsten Leses Mal weiter. Gelehrte Irrlehren in der Medizin und da kommen einige Punkte, die sehr wichtig sind. Zum Beispiel steht dann hier Krebs Die Krebskrankheit der letzten Jahrzehnte, die durch Corona in Unachtsamkeit oder aus der Aufmerksamkeit herausgenommen wurde. Da liegt auf einmal kein Mensch mehr von wach, dass man eben auch an Krebs sterben kann anstatt an Corona. Ja, und damit werden wir uns nächstes Mal in der nächsten Lesung, wenn es um den Impfspiegel geht, jetzt kann ich noch nicht versprechen, wann das weitergeht, darum werden wir uns kümmern. Gelehrte Irrlehren in der Medizin ein sehr interessantes Thema. Für heute danke ich fürs Zuhören und Zuschauen und hoffe, dass es trotz meiner hier und da ein wenig ja, es war halt nicht vorbereitet, meiner spontanen Lesung doch interessant war, was ich euch zu erzählen hatte und dass ich vor allen Dingen die Menschen anrege, selbst zu denken und selbst nachzuforschen und nicht nur immer das zu studieren, was im Examen abgefragt wird. Oftmals sind die Dinge, die im Examen nicht gefragt werden, die Dinge, die wichtig sind. Wie wir ja gerade gelesen haben, dass eben in der Heilkunde dieselben Dinge, die auf der einen Seite als Heilmittel verkauft werden, als Gifte auftauchen, wenn man die richtigen Studien gemacht hat. Der Arzt kann das aber nur wissen, wenn er das studiert hat. Wenn das nicht Teil des Examens ist, kann man ihm ja noch nicht mal vorwerfen, dass er es nicht studiert hat. Und wenn der Arzt es nicht weiß, ja, dann ist der Arzt auch kein Halbgott in Weiß. Weil Gott weiß alles. Ärzte, Entschuldigung, dass ich das jetzt so flach sage, wissen gar nichts. Jeder, der die Bibel gelesen hat, ist schlauer als der beste, oder als der schlaueste Arzt, sozusagen. Da möchte ich mal mit abschließen. Weil wahre Weisheit haben wir nur oder beziehen wir nur aus dem Wort Gottes. Da steht er auch drin und das ist auch so. Und wenn wir uns durch den Heiligen Geist in das Verständnis der Bibel einweihen lassen, wenn wir durch ihn geführt die Bibel lesen, dann wird er sie uns auch deutlich machen und dann können wir wirkliche Weisheit gewinnen. Nämlich Weisheit aus dem Herzen, dem Verstand Gottes, den er offenlegt in seinem Buch, die Bibel. Und deswegen nicht nur diesen Impfspiegel lesen oder andere Bücher oder Viruswahn, sondern eben auch die Bibel lesen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. O allmächtiger Herr und Gott, wie gar lieblich sind dein Gebot über alles Gold so reine. Du wirst geehrt alleine in deiner heilgen Gmeine. Dein Wille ist uns offenbar, die Wahrheit leuchtet hell und klar in allen Kreaturen. Gott hat uns auserkoren, dazu noch neu geboren. Der Himmel und das Firmament uns zeigen die Werke seiner Händ, wie groß es ist seine Ehre im Land und auf dem Meere, das wollen die Werk uns lehren. Die Werke Gottes sind überall, auf hohem Berg im tiefen Tal, auch in den ebbenen Feldern. Die Vögel in den Wäldern tun uns die Wahrheit melden. Ein jedes Werk heißt unseren Gott, weil er's so gut erschaffen hat. Der Mensch tut's aber zerbrechen, der Wahrheit widersprechen, Gott wird es an ihm rächen. Die Werke Gottes sind wunderbar, in rechter Ordnung immer dar. Die soll der Mensch erfahren, Gott will's uns offenbaren, er soll sie auch bewahren. sein Geist will er uns geben. Er öffnet uns die Heilgeschrift, wo Gott sein Testament gestift, in seinem Sohn, dem Reichen, in alle Welt erreichen, mögt niemand von ihm weichen. Den Tod er überwunden hat, ein wahrer Mensch und wahrer Gott mit Kraft hat er's bewiesen, die Wahrheit uns gewiesen, darum wird er gepriesen. Gott Darum gab er den Heilgen Geist, der der ein Weltgen Pröster heißt, ins Herz will er sonst schreiben, dass wir in Christus bleiben, als Sünd und Last vermeiden. der Geist der ist das Unterfand, der uns zum Erbteil ist gesandt, das Christus hat erworben, als er am Kreuz gestorben, von der Welt nicht verdorben. Dem Vater sein und Lob und er ewig bleibt und immer mehr und ewig wird sein Namen, sein Sohn wird uns nicht schaben, ja helft uns ewig Amen.